Hallo, hier ist Ronja und wir gehen heute auf unsere neue Schule, auf die Royal High. Guckt euch das an, das Glitzern, das Eis sieht aus wie aus einem Disney-Film. Nein, das ist auf mich! Ich muss zur Schule! Ich komme zu spät, Ronja, wir kommen zu spät zur Schule! Es ist 5.30 Uhr. Es ist jetzt 5.30 Uhr! Es ist jetzt 5.30 Uhr! So, wir spielen heute zusammen, Royal High, zusammen mit der EZ und, äh... Hallo! Wir sind recht früh da, das heißt, wir gucken mal, was heute... Oh, wir haben zuerst schwimmen, um 7 Uhr. Hey, cool! Ich kann schwimmen! Wir gehen aber vorher mal zum Frühstück. Hast du schon gefrühstückt? Das kann ich auch, ich kann auch frühstücken. Hab ich schon gelernt. Mensch, du bist ja weit, du bist viel weiter als die anderen Kinder. Ja, stimmt! Was gibt es denn hier Cooles? Watermelon! Warte, wo? Man kann sich was bestellen, ne? Oh, ehrlich? Warte mal, hier, hier, hier. Ich hätte gerne Morning Toast mit Früchten und dazu einen Orangensaft, bitte. Das kostet nämlich 8 Roblox-Diamanten. Und möchtest du noch einen Kaffee dazu? Mit meiner Kreditkarte? Nee, ich trinke einen Orangensaft. Trinkst du einen Kaffee? Ich trinke einen Rosensaft dazu. Was zählt Diamanten? Ich habe gesagt, ach guck mal, meine ist günstiger. Ich bezahle jetzt für 9 Diamanten mit meiner Royal Card. Ist dir eigentlich aufgefallen, dass oben das Wetter steht? Da steht wolkig 96 Grad? Ja. Gut. Ja, Butler 3000 macht mir jetzt erstmal mein schönes Frühstück. Wie cool! Tjub! Oh, man muss richtig den Hebel ziehen! Hm. Voll cool. Komm, wir setzen uns hin. Oh, guck mal, hier ist noch jemand am Tisch. Ah! Kann ich das jetzt aufmachen? Ja. Ah! Ich kann mir aussuchen, ob ich mit Stäbchen essen möchte oder mit der Hand, aber ich glaube, ich bin mal, ich bin mal für die Hand. Das ist Toast. Yeah. Ich habe Pancakes, die esse ich jetzt auch mit der Hand. Aber ich könnte auch Topsticks nehmen. Doch, ich hätte sie bestätigt. Okay. Ich weiß nicht, dass es so gut geht. Sieht sehr professionell aus. Ich habe meins aufgegessen. Oh nein, ich habe es aufgegessen! Oh! Aber ich will noch was, Ronja. Ich bin noch nicht satt. Du bist noch nicht satt, du bist ein hungriger Kamerad. Du kannst noch deinen Kaffee trinken. Ach nee, das war von Alexa, der Kaffee. Hä, wo ist der? Ja, den hast du auch schon ausgetrunken? Nein! Das war kein Kaffee, das war Milch oder hier, Tee wollte ich, genau. Tee. Was ist das da? Guck mal. Das ist ein Kronen, oder? Das ist... Wunderschön. Willst du auch eine Krone? Wenn welche klauen? Will eine Krone! Guck mal, du bist größer als ich. Wieso bist du größer als ich? Ich glaube, das liegt an den Haaren. Und ich habe hohe Schuhe an. Guck mal, was ich für Absätze habe. Das Schwarze sind Absätze. Alles klar, oh mein Gott. Oh mein Gott, nee, sowas habe ich nicht an. Dafür habe ich ungefähr 20 Kilo mehr drauf auf den Beinen als du. Also es ist wieder ausgeglichen. Wir müssen schwimmen gehen. Wir sollen unseren Badeanzug anziehen und uns schwimmen gehen. Oh nein, ich glaube, ich habe meinen Badeanzug vergessen, Isi. Hier draußen kann man schwimmen. Guck mal hier. Oh, das sieht so hübsch aus. Hier ist also unser Schwimmunterricht. Teacher Lifeguard. Okay, ich bin heute die Lehrerin. Okay. Guten Tag, Fräulein Isi. Was ist denn heute der Unterricht? Sie stecken in der Leiter. Ja. Nein. Heute lernen wir, wie man nicht untergeht beim Tauchen. Okay. Also los. Wir schwimmen gar nicht. Wir hüpfen über den Schläger, der uns runterprügeln will. Nein. Echt jetzt? Ja. Ich habe jetzt schon verloren. Aber das ist unfair, weil die Zeit war noch nicht abgelaufen. Ich habe gedacht... Oh Gott, ich sterbe. Nein, der wird ja... Ich bin tot. Ich bin noch unverwundbar, deswegen gewinne ich noch. So, jetzt... Zack, jetzt habe ich es richtig raus. Oh nein. Oh nein. Was? Huch. Er springt ja nicht mal. Ich meine sie. Ich bin jetzt hier oben, auf dem Weißen. Guck mal. Huhu. Ich kann nicht. Ich bin... Oh, ich bin runtergefallen. Warte, komme ich wieder aus dem Wasser raus? Das ist so schwer. Ich weiß nicht, ob der Schwimmunterricht... Der Schwimmunterricht ist, den ich mir so vorgestellt habe. Aber die machen das wohl auf Royal High alle ein bisschen anders. Och nee. Machst du auch immer einen halben Looping? Ich brauche gar nicht... Du fliegst einfach. Ja. Ey. Schummler. Ich schimmle mit. Selber. Sechsmal runtergefallen. Warum stehe ich zweimal drin? Weil du trotzdem A bekommen und ich auch. Okay, als nächstes haben wir Sport. Hä, wartest du schon mit Schwimmunterricht? Ja, steht hier. Wir sind noch gar nicht geschwommen. Deswegen ist eigentlich... Der Schwimmunterricht ist sehr alternativ. Aber wir haben jetzt ganz normalen Sport. Oh, guck mal. Hier sind Eiszapfen und alles. Eben. So, wenn du da reinkommst in das Schwimmbad. Das sieht bis jetzt so hübsch aus einfach. Oh, warte mal. Ich glaube, wir haben hier auch Sport. Echt? Hier? Nee. Oder? Doch, hier. Warte, ich bin auf dem Weißen. Ich bin auch da. Ich gucke mal... Oh ja. Ich gehe mal hier die Leiter hoch. Easy Cheesy. Sei die schnellste und agilste, indem man den Hindernisparkur... Okay. Bewerkstelligt. Okay, da sehe ich mich. Ich bin ein großer Fan vom Hindernisparkur nicht. Oh, Ezi, du bist ganz weit vorne. Lol. Oh mein Gott. Hä, das ist ja sauschwer. Ohne fliegen, oder? Ohne fliegen, ja. Okay. Okay. So. Uch. Ah, nein. Warte, ich glaube, ich muss doch fliegen. Ich bin sonst hier stuck. Nein. Ich glaube, dann wirst du nicht... Dann wirst du disqualifiziert. Nee, 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 nee. Dann werde ich nicht disqualifiziert. Das zählt ja nicht. Nein, Diana ist vor mir. Diana, hau ab. Das muss ich schaffen. Die erste sein. Ah, ich hänge schon wieder fest. Nein. Renn. Sie schlittert. Schlitterst du auch? Ist das normal? Soll man schlittern? Hier muss ich fliegen. Äh, nee, man soll nicht schlittern. Oh. Oh, oh. Also, ich will jetzt nichts versagen, aber ich glaube, ich hänge in der Luft fest. Ah. Jetzt kann... Oh, warte. Nee. Ich komme nicht voran. Jetzt geht's. F. Ich habe ein F. Du hast ein F, echt? Ich habe ein F. Man sieht es über den Gesichtern. Guck, guck, guck. Ich bin neben dir. Oh, das ist so traurig. Ja. Oh nein. Das war unfair. Das war sehr gut im nächsten Unterricht. Malen. Malen kann ich supertastisch. Oh, wir müssen aus dem Spind unser Buch holen. Ist klar. Unser Paintbrush-Set. Das Ding ist, ich habe noch keinen Sprint. Okay. Ich habe eine gute Kombination. Meine Kombination ist 1, 2, 3, 4. Oh, sehr gut, ja. Das ist richtig sicher. Da schütze ich mich vor allem. So, was haben wir jetzt mit dem Paintbrush-Set oder so? Wir wollen unser Paintbrush-Book-Set. Oh nein, wir haben den Unterricht verpasst. Aber egal, wir sind schon mal der Zeit voraus und holen unser Backbuch, weil ich vorhin gesehen habe, dass man da die Rezepte bestimmt braucht, weil als nächstes müssen wir eh wieder was aus dem Spind holen. Echt jetzt? Ja, ja. Glaub mir, ich kenne mich gut aus auf der Schule. Ich habe schon oft Unterricht geschwänzt. Oh nein. Ich sage, wir nehmen das Rezeptbuch mit, machen das Paintbrush-Book-Set wieder weg und zack. Und Recipe-Book mit. Okay, okay, okay. So. Okay. Guck. Ich habe es gewusst. Bacon Class. Bring your Recipe-Book. Nice. Hier wäre Art gewesen. Guck mal hier. Fürs nächste Mal. Ich bin orientierend. Und ihr habt alle ein A bekommen und wir ein F. Wir haben ein F. Das ist jetzt schon mein zweites F. Na toll, wir sind die schlechtesten Schüler. Wir fliegen einfach durch. Das sind einfache Klassen, aber wir fliegen durch. Oh, jetzt sehe ich. Guck mal, hier ist die Bibliothek. Porzellanthrone. Also würde ich mal sagen Klo. Und was? Es gibt einen Raum, da steht Porzellanthron. Aber ich denke mal, das sind die Toiletten. Oder was? Ich glaube schon. Das ist aber eine sehr nette Umschreibung. Ja. Okay, auf zur Baking Class. Diesmal haben wir ein A. Das sieht mega kompliziert aus hier. Ich bin auch schon jetzt überfordert. Ich bleibe an Station 1. Aber Station 1 sieht kleiner aus als die anderen Stationen. Vielleicht bin ich im Nachteil. Aber ist okay. Wir müssen Butter zerhacken. 13, okay. Wie zerhack ich Butter? Ja, was? Start Baking. Start Baking. Okay. Ah. Okay. 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 Ich hab's. Ich zerhack meine Butter. Als nächstes schüttel ich... Was? Shake two cups of sugar. Ich glaube, sie meinen eher, dass ich da Zucker reinmachen soll, oder? Ich weiß nicht, was man da schüttelt. Ich verstehe es nicht. Ich auch nicht. Aber ist okay. Da musst du irgendwie... Ich mixe jetzt. Ich mache es auch gerade, ne? Wer fand's? Okay. Auf geht's. Zwei Eier rein. Zack. Da kommen irgendwie fünf Eigelbe raus aus meinem Ei. Ich habe es von so einem Mutantenhuhn geklaut. Ah. Ah. Okay. Jetzt verstehe ich auch das Shaken. Echt nicht? Oh mein Gott. Ich bin Backexperte. Ich habe einen richtig guten Kuchen hin. Easy. Ich mache so einen schönen Kuchen. Ich bin schon wieder am Spacebar, Hermann. Spacebar. Ich auch. Nein. Okay. Ich hätte gerne Schokolade. Mit... Ähm. Oh. Mit gelben kleinen Kuchenförmchen. Okay. Jetzt schnell in den Ofen. Äh. Wo ist der Ofen? Fünf Sekunden. Wo ist mein Ofen? Ich habe den Ofen in der Hand. Easy. Hä? Hier. Ach da. Ich dachte es... Weil da oben so diese Dinger sind. Hey, mir hat gerade jemand ein Cupcake geschaut. Oh, mir auch. Dankeschön. Oh mein Gott. Guck dir mal diesen Cupcake an. Oh. Hast du auch so ein Schwenk? Ja, aber die Haut gerade... Die Cupcakes sind alle raus. Aber ohne Ende. Ich glaube, meiner wird nicht so schön. Ich bin da ganz ehrlich. Warte, hast du auf die Uhr geguckt? Ähm. Auf den Ofen? Ding, Cupcakes ready. Warte mal. Ah, ich habe welche. Ich glaube, meine sind verbrannt. Nein, hör auf. Ne, sie sind okay, aber... Also, guck mal. Ein A. Wir haben beide ein A. Ne, ich habe B. Ich glaube, weil ich meine Cupcakes... Du hast keinen Topping drauf. Hier. Oh nein. Oh, das ist echt der schönste Cupcake, den ich je gesehen habe. Ich wünsche, ich könnte auch so schöne Cupcakes backen, aber kann ich nicht. Meine sehen so aus. Schule läuft nicht so gut bei mir. Nice. Äh, okay. Was haben wir? Oh, wir brauchen wieder ein Buch vom, äh... Nein, ich will das. Vom Locker. Oh Gott, das schaffen wir doch niemals. Ähm, ich habe auch noch meine Cupcakes hier in der Hand, aber das ist schon okay. Warte mal. Okay, ich setze mich hier schon mal an den Laptop. Okay. Schreibe das Skript. Okay. J, S, D, H, T, E, C, B, F, D, C, A, E, E, A. Eigentlich glaube, ich bin zu langsam. A, C, A, C, B, F. Ups, verklebt. Du musst, du musst auch daran denken, dass die amerikanische Tastatur, was die gerade hier ist, eine andere ist, als die deutsche. Was? Ja, Z ist, Z ist zum Beispiel umgekehrt. Mir kommt gar kein Z. Echt, bei mir? Ich habe die ganze Zeit Z und ich muss die ganze Zeit zu mir setzen. Wirklich, es ist voll schwer. Ich habe aber die Tasten am Bildschirm. Ich muss die am Bildschirm drücken. Oh Gott. Aber ich habe voll wenig. Oh, du hast schon wieder mehr. Oh, die haben gleich viele Punkte. Score 58 Points. 58 Points. Lunch. Jetzt gibt es, ja, da, Lunch kann ich. Zack. Einmal eine Sache. Das ist gut. Ich bestelle, oh, da gibt es aber viel zur Auswahl. Ich glaube, ich hätte gerne, ich esse Ramennudeln, da habe ich wenigstens was, womit ich die Stäbchen benutzen kann. Die habe ich auch. Ja? Ja, die habe ich auch genommen. Und dazu den Enchanted Berry Ice Tee, bitte. Vielen Dank. Vor allem acht, acht Diamanten, das ist schon extrem teuer, oder? Das ist schon teuer, ne? Also jetzt bin ich runter auf 73. Nee, 37. 73 wäre schön. Ich gehe mal an meinen trusty Freund Butler 3000. Sehr gut, okay. Ich habe mein Essen schon. Oh, sehr. Unsere Plätze sind belegt. Wir können uns hier hinten hinsetzen vielleicht. Warte, ich hole kurz mein Essen noch ab. Ja, ich komme zu dir. Na, hi. Hallo, Löwchen. Lass uns Ramen essen. Du hast genau das gleiche. Ich habe genau das gleiche. Hast du auch den... Oh, nein. Nein, hast du auch das gleiche Getränk? Ja. Ich habe das mit dem fancy Namen. Ja. Klang voll lecker. Aber ich habe schneller gegessen. Du warst ja auch schneller da. Weißt du, ich genieße mein Essen. Du hast dir bestimmt die Zunge verbrannt. Ich hole mir jetzt noch was. Die schlingt ganz schön hier. Man kann sie auch gegen holen und so Sachen. Weißt du, gar kein Problem. Ich habe hier noch Cupcakes. Stimmt. Kann man die essen? Oh, ich kann die essen. Ess ich die? Ja, ich glaube, man kann die irgendwie runternehmen. Du hast noch ein ganzes Blech. Okay. Ja. Ich weiß nicht, wie ich die runterkriege vom Bell. Take it, Cupcake. Ich habe auch noch. Okay, okay. Also Käse, Cupcake. Steak, Cupcake. Oh, nö, nö, nö. Wird's fünf Cupcakes verspeist. Okay, jetzt habe ich, glaube ich, echt genug gegessen für heute. Ich glaube auch. Ich gehe zur Chemie. Und das ist auch der falsche. Egal. Alright. Alright. Was ist das hier für ein okay Chemieunterricht? Lol. Wir machen jetzt erstmal U. Also, ich weiß ja nicht, ob ich die Methoden von dieser Schule gutheißen kann. Ich bin im Wasser im Chemieunterricht. Ich schwimme mehr im Chemieunterricht als im Schirmunterricht. Stimmt. Bookcheck. Oh nein. Oh nein. Es tut mir leid. Ihr müsst wahrscheinlich anklicken, was wir reinmachen oder sowas. Ich habe jetzt etwas Schönes gebraut. Köstlich wird es. Klappt das? Hallo? Entschuldigung. Oh nein, ich bin runtergefallen. Also, ich bin fertig, aber er macht jetzt hier nichts mehr. Ah, er kann jetzt das nächste zaubern. Ja, ich glaube, ich bin schon draußen. Vielleicht kriege ich dann ja mal ein A oder wenigstens ein B, kein F. Das wäre die einzige Hoffnung, die ich habe. Oh, du bist wieder da. Ja, ich bin hochgesprungen, aber ich darf nicht mehr mitmachen. No. Ich habe den Unterricht zum Explodieren gebracht. Du hast eine explosive Mischung gemacht. Ich habe gesagt, meditiere lieber nochmal ein bisschen. Das war nichts. Okay, dann meditieren wir jetzt wieder. Also, meine Mischung wird auch immer grün. Ich mache da gefühlt fünf Packungen lila rein, aber Hauptsache, es wird alles grün. Da war nicht mehr grün dabei hier. Oh. Ah. Was? Ich habe nichts gewonnen. Was soll das? Das ist ein Fade. Ich habe ein F. Du hast ein F. Ich war. Oh. Esi hat ein F. Okay, jetzt brauchen wir schnell unsere Englischbücher. Hier ist du einfach. Türmst du? Ja. Ich schwänze jetzt. Okay, weißt du was? Englisch sehe ich mich auch nicht so. Du hast eine sehr interessante Gangart. Hast du ein Problem damit? Nee. Weißt du? Wirklich nur ein bisschen klein. Kein Problem. Ich kann auch fliegen. Ah. Yeah. Das ist ja schön. Nein. Gut, dann würde ich sagen, fahren wir da kurz schon nach Hause und machen hier keinen Unterricht mehr. So, das war... Tschüss. Das war es mit dieser Folge Royal High. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen hoch da und guckt bei der Easy vorbei auf ihrem anderen Kanal. Da haben wir nämlich neulich auch eine Folge Roblox hochgeladen. Der ist auch noch mal in der Infobox verlinkt. Das ist ein anderer Kanal als der Hauptkanal, also nicht wundern. Und genau, dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Macht's gut. Ciao. 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 Ciao.